Und damit Glück auf zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Erzgebirge Aue gegen den MSV Duisburg. Drei Spieler an diesem Sonntag. Magdeburg-Paderborn 1-1, Regensburg gegen Hamburg 2-1 und hier das torlose 0-0. Es bleibt also dabei, wenn Dennis Eidekin hier ein Punktspiel pfeift, dann bleibt es bei ungeschlagen für die Pfeilchen. Wie hat es Thorsten Lieberknecht gesehen, der MSV-Trainer? Ja, erstmal hallo zusammen. Bei uns gibt es ja bestimmte Situationen. Wir sind Tabellenletzter. Wir haben in den letzten Wochen trotz guter Leistungen, phasenweise, es nicht geschafft, Spiele zu gewinnen, erfolgreich zu gestalten. Deswegen ist es eben auch so, wenn du dann hierher kommst mit dem Druck, mit der Situation, die bei uns herrscht, kann ich von meinen Spielern nicht verlangen, dass sie vollkommen gedankenfrei hier in so ein Spiel gehen. Ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen, dass die Jungs sich viel vorgenommen hatten, aber irgendwo nicht frei Fußball gespielt haben. Was sie gemacht haben, über 90 Minuten hinweg, war, denke ich, eine charakterlich einwandfreie Partie gezeigt. Man hat wirklich darum gekämpft, einfach auch mal wieder zu Null zu spielen und hatten dann zum Schluss dann auch, denke ich, noch die Möglichkeiten, eventuell den Punch zu setzen. Das ist uns nicht gelungen. Wir hatten in der einen Situation natürlich in der zweiten Halbzeit großes Glück. Aber ich glaube, dass das eben auch die Momente sind dann, wenn du weiter beharrlich bleibst, wenn du mit Ruhe die nächsten Dinge angehst und wenn es uns gelingt, die Jungs eben halt auch auf das Spiel so vorzubereiten, dass sie Lust auf ein Fußballspiel haben, richtig Lust verspüren, dann glaube ich, da bleibe ich dabei, werden wir unseren Weg gehen und das Ziel, das wir uns vorgenommen haben, werden wir definitiv erreichen. Also von daher haben wir zu Null gespielt, das war wichtig. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gute Szenen gehabt, mutigere Szenen gehabt und von daher bin ich ganz, ja, ganz zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft und ja, das musst du erstmal schaffen hier in Aue. Deswegen, Daniel, für dich in den nächsten Spielen erstmal alles Gute, dass du deinen Weg hier auch weiter gehst, den du hier angefangen hast. Danke. Das war ein Querpass von Thorsten zu Daniel. Ja, Glück auf erstmal und danke Thorsten. Für uns ist es ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, was das Positionsspiel angeht. Wir waren dominant, wir haben relativ viel Ballbesitz gehabt, aber der Glanz endete dann immer im letzten Drittel. Wir haben alles, was dann in dem torgefährlichen Raum passiert ist, waren wir viel zu umständlich, waren wir nicht klar genug. Dann versuchen wir immer noch, den letzten Pass zu spielen und anstatt dann auch mal gradlinig den Abschluss zu suchen. Da fehlt uns dann einfach auch die Gier und dann vielleicht doch manchmal auch die Einfachheit, dann auch mal eine Situation zu Ende zu bringen. Wir versuchen immer noch mal einen Chip und noch mal einen Ball durchzustecken. Das ist dann nicht ganz so einfach. Wir haben insgesamt aus der Dominanz, die wir hatten, zu wenig klare Torchancen kreiert oder zu wenig klare Abschlüsse, muss man sagen. Torsituationen waren schon da, aber zu wenig klare Abschlüsse. Das wurde in der zweiten Halbzeit nicht wirklich besser. Wir haben weiterhin dann besser über außen gespielt, aus meiner Sicht, aber bringen die Bälle da nicht gut rein, die Flanken kamen nicht gut. Wir haben eigentlich in der Halbzeit besprochen, dass wir auch variieren wollen, dass wir auch mal flachen Ball durch den 16er hauen. Wenn die Flanke ordentlich kam, dann waren wir in der Positionierung im Strafraum nicht gut, hatten ein, zwei Mal auch den kurzen Pfosten nicht besetzt, wo wir da dann auftauchen müssen. Und deswegen haben wir viel, viel Aufwand betrieben für zu wenig klare Torsituationen. Wir haben natürlich dann die Riesenszene kurz vor Schluss, die dann nicht reingeht. Und dann muss man schon sagen, und da gebe ich Thorsten dann recht, hätte es auch passieren können, dass du den Lucky Punch kriegst. Und dann schaust du dich natürlich schon auch doof an, wenn du diesen Aufwand betreibst. Und wir haben ja auch von der tabellarischen Paarung her dann ein Thema, dass uns am Ende dieses Unentschieden dann sicherlich auch einen Tick weit mehr nützt. Und deswegen nehmen wir es mit. Wir müssen daran arbeiten. Nochmals, viele Dinge waren in Ordnung, aber das letzte Drittel, da sind wir dann einfach zu harmlos. Und wir müssen gucken, dass wir aus den Dingen, die wir eigentlich relativ gut beginnen, im Aufbau und im Übergangsspiel, mehr klare Situationen kreieren. Und wie gesagt, da waren wir heute einfach zu umständlich. Deswegen hatten wir es dann am Ende wahrscheinlich auch nicht verdient. Die klarste Situation haben wir dann in dem Moment nicht gemacht. Und deswegen nehmen wir das 0-0 jetzt so mit. Ja, vielen Dank unserem Cheftrainer. Und diagonal zu unserem Pressekonferenzraum und unserem Podium war bisher das fliegende Mikrofon. Das ist jetzt scharf für die Fragen der Presse. Wenn es die gibt, dann bitte kurzes Handzeichen. Thomas Narrendorf von der Morgenpost fängt an. Sekunde bitte. Daniel, Sie haben die Frage schon mal auf den Mittwoch geblickt. Dominik Wittra ist gesperrt. Steve Breitkreuz noch nicht wieder fit. Wie soll es dann aussehen? Ja, der... Ja, schöne Frage jetzt. Fünf Minuten nach dem Spiel. Wir sind ja mittlerweile gewohnt, dass immer einer rein, einer raus. Uns fehlen ja dann gerade hinten in dem Bereich schon noch eine Menge Leute. Wir werden mal gucken, wie wir uns sortieren. Der Mail kommt wieder zurück. Fabian Kallig hat heute ein Riesenspiel gemacht. Von der Logik her müsste auch drinbleiben. Der positionstechnische Nachrücker wäre der Lul Samson. Wir haben da ein, zwei Möglichkeiten. Aber das müssen wir jetzt auch mal sacken lassen. Müssen wir mal gucken. Die Jungs sind auch ganz schön lädiert. Das war schon noch ein intensives Spiel, was die Zweikämpfe angeht. Und deswegen sammeln wir uns mal in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, so viele Varianten haben wir nicht. Weil die Personallage sich gerade in dem Bereich dann einfach nicht entspannt. Und trotzdem muss man heute auch mal sagen, so wie die Jungs das machen. Heute hat ja gar keiner mehr gespielt, der Dreierkette aus der Hinrunde nicht. Also die alle drei in der Kicker-Rangliste waren als beste Verteidiger. Und wir haben ja immer so ein bisschen gesagt, das ist unsere Härterei, weil wir da schon Qualität haben. Und auch immer wieder harte Entscheidungen treffen müssen. Und wie die Jungs das heute gemacht haben, das ist dann schon gut. Und haben sich das auch verdient, auch so für den Kopf mal zu Null zu spielen. Das ist total in Ordnung. Und ja, jetzt müssen wir es halt wieder auseinanderreißen. Die nächste Frage geht vermutlich an Thorsten Lieberknecht. Das ist ein Kollege aus der Duisburger Ecke. Sehr, sehr wahr. Hermann Kiewitz, WAZ, NRZ. Herr Lieberknecht, wie haben Sie die Situation gesehen, die zur roten Karte geführt hat? Ja, ich stehe unmittelbar nebendran. Und sehe natürlich schon auch, dass Lukas mit einer großen Wucht in den Zweikampf geht. Allerdings stehe ich so nah dran, dass ich schon auch sehe, dass er als erstes den Ball spielt. Aber ich glaube, dass der Schießer eben die Wucht des Zweikampfes bewertet hat. Und dementsprechend dann leider für uns die rote Karte gezogen hat. Aber so ist meine Sicht jetzt von dem Foulspiel bzw. von der roten Karte. Würden Sie sagen, kann man geben? Das fällt mir schwer. Zu sagen, kann man geben. Also die Zwischenfrage, die es da noch gab für die Gäste im WIP, da war die Frage, ob man die Karte geben kann oder nicht. Gut, die nächste Frage, wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen. Gibt keine Handzeichen, dann ziehen wir es nicht ewig in die Länge. Am Mittwoch geht es für die Feichen weiter. Nachholspiel gegen den 1. FC Köln. Am Freitag der MSV zu Hause gegen Magdeburg. Und wir dann am Samstag beim SV Sandhausen, beiden Mannschaften, dazu viel Erfolg. Das war es für heute. Allen noch einen schönen Restsonntag. Den Duisburgern die gute Heimreise. Glück auf und bis dahin. Vielen Dank. Ich weiß, es macht WKFZ drei Seiten. Vielen Dank.